Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich teste heute die BigBoom Bastic. Das ist eine Batterie von Veko mit Fächerung, 25 Sekunden Brenndauer, 20 Schuss, ein Kaliber von 25 Millimeter und die NEM beträgt 288 Gramm. Ich bin mal gespannt, was das Ding so drauf hat. Mal sehen, ob es mich überzeugen kann und dann viel Spaß bei der Zündung. Ja. Und los. Ja, gut. Ist nicht ganz schlecht. Muss man schon zugeben. Ich glaube, preislich lag sich bei 13 Euro oder 18 Euro oder irgendwie sowas. Gucke ich auf jeden Fall nochmal nach. Ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal und tschüss. 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 Tschüss.